Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei uns im Format Naturmedizin. Ich habe heute ein Thema gewählt, Pandemie durch Ungeziefer, siehst die Medizin am Anschlag? Fragezeichen. Das möchte ich heute mit zwei ganz erfahrenen Medizinern diskutieren und besprechen. Und ich bin ganz geehrt und habe Freude darüber, einerseits den Dr. Matt Dietrich Klinghardt persönlich hier in unserem outgesourceten Studio in der Swiss Mountain Clinic begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Dietrich. Und natürlich die Chefärztin hier aus der Klinik, die Dr. Petra Wichel. Herzlich willkommen. Danke. Pandemie ist ein großer Begriff, kennen wir alle, was es jetzt ist, aber das Wort Ungeziefer, das ist doch etwas, was heutzutage noch nicht so im Fokus steht, aber sehr häufig ursächliche Gründe haben für Erkrankungen von uns Patienten. Darf ich dich mal bitten, lieber Dietrich, inwiefern siehst du die Pandemie hier in Ungeziefern als ein grosses Problem? Ja gut, also wir haben ja viel gelernt jetzt über die Weltgesundheitsorganisation, die definiert, was eine Pandemie ist und was nicht eine Pandemie ist. Und die letzte Pandemie, die wir hatten, behaupte ich, eine Pandemie der Labordaten, mehr möchte ich da nicht sagen, aber es gibt eine Pandemie seit den späten 70er Jahren, die wir Ärzte nicht unterschätzen können. Und es fing an mit der Entdeckung der Leimborreliose. Das war eine Erkrankung, die durch Zecken hauptsächlich übertragen wird. Heute weiß man, in der Schweiz sind es nicht die Zecken, sondern eher die Spinnen und die stechenden Fliegen, die die gleiche Erkrankung übertragen. Das ist kein Gerücht, das ist so. Das ist eine Arbeit veröffentlicht in der Schweiz 1986, wo jemand einfach stechende Fliegen untersucht hat und hat gefunden, 60 Prozent von den stechenden Fliegen übertragen die gleiche Erkrankung. Deshalb hieß es im Englischen früher ja Tick-Born-Diseases oder Zecken, durch Zecken übertragene Erkrankungen. Heute heißt es Vector-Born-Disease. Vektoren sind Insekten, die selbst infiziert werden und dann diese Infektion übertragen an höhere Tiere. An Mäuse und an Rehe und an die Menschen, oder? Das sind die Vektoren. Und wenn du sagst Ungeziefer, ja, dann ist der medizinische Name eher dann Vektoren, die Überträger. Und spannend, die Zahlen in den USA. Bei dieser Erkrankung, die Lein-Borrelius, kann ich Werbung machen oder ich habe ein Buch geschrieben darüber, über die biologische Behandlung und Vorgehensweise bei dieser Erkrankung. Was wir erkannt haben in den USA, dass heute 80 Prozent der Bevölkerung betroffen sind durch eine oder eine andere Variation dieser Insekten übertragenen Erkrankungen. Ja, da gibt es eine relativ kurze Liste. Borrelien, Mykoplasmen, Babesien, Bartonella, Bruzellose, Ehrlichiose, Rickettsien. Das ist es dann eigentlich schon. Ja, das sind bakterielle Erkrankungen von Bakterien, die hauptsächlich intrazellulär leben. Das heißt, sie kommen in den Körper und werden schnell eingebaut in unsere eigenen Körperzellen und machen von daher keine akute Infektionssymptomatik, wie eine Pneumonie oder Fieber, sondern die schleichen sich in unser System ein und langsam vermehren sie ihre Kinder und infizieren neue Zellen und neue Zellen und irgendwann kippt dann die Balance in unserem System um, wo wir symptomatisch werden. Hauptsymptom bei allen diesen Erkrankungen ist die chronische Müdigkeit oder einfach der Verlust an Lebensfreude. Der dann, wo die Leute dann, mein Bruder ist Psychiater in Freiburg, wo viele von, fast alle von diesen Patienten gehen erstmal durch dieses psychiatrische Stadium durch. Das heißt, sie werden erstmal zum Psychologen oder zum Psychiater geschickt oder zum Pädagogen, je nachdem, wie es ist. Und der Psychiater merkt sehr schnell, dass er mit seinen Mitteln dann nur wenig vorankommt, oder? Vor allen Dingen, wenn Leute die gleichen Patienten dann erklären, jede Nacht kriegen sie Fieber. Dann sagt der Psychiater, der gesunde Psychiater sagt natürlich, Fieber, das ist keine psychiatrische Erkrankung, das ist eine Infektion. Und es gab in den späten 90er Jahren einen sehr bekannten Kongress in Konstanz, wo die ganze Psychiatrie eingeladen war von den deutschsprachigen Ländern. Und der Titel war Sind alle chronischen psychiatrischen Erkrankungen verursacht durch Infektionen? Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, und das, die einheitliche, ich war auf der Konferenz, übereinstimmend, alle Vorträge haben darauf hingedeutet, dass die psychiatrischen Erkrankungen primär ausgelöst werden, durch, dass bestimmte Gebiete im Gehirn besetzt werden, durch bestimmte Keime, die dort nicht hingehören, die dort vom Immunsystem gesehen werden, dann gibt es dort Immunreaktionen, Entzündungen, Hauptsymptom, chronische Müdigkeit, Zweithauptsymptom chronischer Depressionen, wo von der Schulmedizin chronische Depressionen wird definiert als ein Mangel an Medikamenten, oder? Und bei uns definiert, schau doch mal nach Infektionen, Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten. Parasiten sehen wir ganz häufig bei der manischen Depression. Aber es ist extrem wichtig, was du jetzt gerade sagst, denn wenn wir ja wirklich in der Sackgasse drin sind und mangelnde Medikamente keine Heilung verspricht, dann müssten wir ja eigentlich unseren Arzt ansprechen, gibt es Untersuchungen auf Parasiten, auf diese Entzündungsherde. Und ich meine, ich war ja bei dir, liebe Petra, auch schon hier zu Gast und habe ja eine Palette von Untersuchungen bekommen im Bereich der Parasiten. Also es ist möglich, die Medizin ist da nicht am Anschlag, oder? Die ist überhaupt nicht am Anschlag. Sie erkennt nur bis heute das parasitäre Problem überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, sie hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten der Diagnostik. Das eine ist ein Laborwert, die Eosinophären, die eventuell dann schon auf eine Belastung hindeuten könnten. Aber wenn dieser Wert in Ordnung ist, dann fällt das erst mal weg. Und das nur bei weniger als 20 Prozent der Betroffenen? Das meine ich, das meine ich. Ich sehe aber manchmal, dass nach einer beginnenden Therapie die Eosinophilen dann ansteigen. Das ist ein sehr schöner Parameter dann. Aber wichtig ist, einfach zu erkennen, dass man ein Silent Inflammation Problem auch erkennen muss, ein stilles Entzündungsproblem, der Sache hinterhergehen. Und wir sind hier ausgebildet mit dem Bioresonanzgerät, Silvia-Gerät, und können eigentlich sehr klar definieren, in welcher Vielfalt und in welcher auch Stärke die individuellen parasitären Belastungen für den einzelnen Patienten natürlich auch relevant sind. Und es gibt auch Erkrankungen, wo wir schon gezielt schauen können, hier auf eine zugrunde liegende Parasitose. Und das kann uns kein bildgebendes Verfahren geben, die Antwort. Das kann uns auch keine Stuhlprobe in jedem Fall geben. Das ist manchmal wie russisch Roulette. Und eine negative Stuhlprobe heißt, Parasiten haben sie nicht. Und damit ist eigentlich die Diagnostik heute ziemlich noch mittelalterlich. Sodass wir eigentlich in der Ernsthaftigkeit, seitdem wir in der Lage sind, diese Untersuchungen zu machen, haben wir natürlich wie damals einen Schlüssel, der uns noch mal mehr in die Hand gegeben wurde, um einfach zu verstehen, warum ein multi-parasitäres, bakterielles, virales Geschehen von einer Immunkapazität, die bei jedem Menschen vielleicht nie größer ist als diese, und jetzt kommt noch die Borreliose dazu, dann darf irgendwann irgendwo so ein Immunsystem auch sagen, meine Kapazität ist erschöpft Mensch. Und da beginnt man von unten erst zu verstehen, was musst du noch alles tragen und kannst natürlich, wenn du jetzt aber nur die Borreliose siehst oder die Lyme-Disease, mit einer anderthalbjährigen Antibiose gar nichts erreichen. Das heißt, du musst erst mal verstehen, was ist hier geschehen. Und da glaube ich, sind wir heute medizinisch nicht bereit, uns energetischen Verfahren in dieser Offenheit sie wertzuschätzen, was sie uns eigentlich geben. Dank der Physik ist es ja auch alles rekonstruierbar oder wie sagt man in der Wissenschaft, wenn du es repetitieren kannst. Ich möchte diese Frage nochmals einbringen. Sind wir diese ganzen Parasiten, werden die immer wilder, weil wir immer mehr Umweltgiftungen haben oder unser eigenes Milieu immer kränker wird? Oder haben wir in der Wissenschaft immer mehr Möglichkeiten, noch detaillierter hinzuschauen und plötzlich erkennen wir etwas, was wir vorher noch nie gesehen haben und machen auf Panik? Also Parasiten sind in keinster Weise negativ besetzt. Ohne Parasiten, ohne Viren, Ohne Bakterien wären wir heute nicht das, wer wir sind als Mensch. Und es geht auch gar nicht darum, hinter allem eine Parasitose zu vermuten. Es ist nur so dominant geworden, weil zum Beispiel die einzigste und lebenswichtigste Säure, die wir Menschen produzieren, ist unsere Magensäure. Und das ist der Schutzschalter, der sich einschaltet, wenn es im Rahmen einer Belastung nicht weiter in den Körper transportiert werden darf. und allein schon durch Omeprazol, Pantopozol, durch die, ich weiß, es ist nicht ein Medikament, das ich für mich in ausnahmsten Fällen nur benötige. Wir benötigen es ja nicht einmal. Das heißt, das wird ausgeteilt wie Bonbons, das können Menschen ohne Rezept kaufen. Und es war immer in den 90er Jahren vorprogrammiert, wenn sie es anwenden, nur im 14-tägigen Rhythmus und bitte niemals eine Langzeitanwendung. Und damit zerstören wir natürlich den Lebensraum nicht nur für die Darm, auch für die Magen, auch für die Bauchspeicherdrüse, auch für die in den Gallengängen und in den Pankreasgängen lebenden guten Mikroorganismen. Und es ist eine Summation der vielen, deshalb ist es vielleicht nicht aggressiver, aber wir tun gut daran, es ernsthafter zu verstehen und auch diesbezüglich Patienten dann therapeutisch zu behandeln. Ich möchte gleich an der Stelle so ein bisschen ein Nebengleis. Oder meine Haupttätigkeit ist die Behandlung von autistischen Kindern und bin dort eigentlich bekannt als der, wo man hingeht, wenn alles andere schiefgegangen ist, mit dem autistischen Kind. Und bei den autistischen Kindern finden wir mit der ganz stinknormalen Labordiagnostik, finden wir bei 80 Prozent eine schwerwiegende Aktivität von Keimen, die nicht da sein sollen. Die haben alle diese schönen Namen, Borrelia, Bartonella, Babesia. Das sind also diese schönen weiblichen Namen. Wenn ich mal eine Tochter nochmal hätte, würde sie wahrscheinlich Babesia heißen oder also für diesen Namen. Und wenn wir diese Erkrankung erkennen, dieses Entgleisen vom System erkennen und entsprechend gezielt behandeln, machen die Kinder riesen Fortschritte in ihrer Entwicklung, die von der Schulmedizin völlig unbekannt sind, während das Autismus heilbar ist, wenn ich die richtige Diagnose stelle. Ja, klar, es gibt Ausnahmen, diese 20 Prozent, wo wir ein bisschen tiefer gucken müssen, oder? Es gibt für Klingenhardt so eine Formel, wie kann ich ein Kind autistisch machen? Oder ich muss darauf achten, dass die Mutter während der Schwangerschaft einen Vitamin-D-Mangel hat, dass sie im Elektrosmog schläft und dass sie eine schweigende Borreliose hat oder eine der Co-Infektionen, wie wir es nennen, die sie selber nicht erkannt hat, die aber über die Plazenta übertragen wird als Kind. Und garantiert 98 Prozent kann ich vorhersagen, wenn eine Mutter ein Kind auf die Welt kriegt, das hinterher diagnostiziert wird auf diesem Spektrum. Das fängt an mit Hyperaktivität und bis hin, wir sprechen ja vielleicht noch ein anderes Mal über die verringerte Intelligenz der Bevölkerung und es gehört mit Sicherheit zu diesem Thema. Und ich habe drei Jahre lang in Indien als Arzt gearbeitet und bin dort, das ist in den späten 70er Jahren gewesen, und bin dort sehr vertraut geworden mit Parasiten und der Wichtigkeit von Parasiten und kam dann in die USA, wo die meisten Ärzte nicht mehr weiß, wie man das Wort Parasit ausspricht. Das war völlig undenkbar für den amerikanischen Arzt, der von der Uni kam, dass der bei Patienten verdächtigt, dass hinter Erkrankungen Parasitose steht. Und damit meinen wir eben, wie du ja auch sagst, nicht nur diese langen Würmer oder Bandwürmer oder Askeriden, die aussehen wie Regenwürmer, sondern wir meinen auch die Einzelligen. Du bist ein bisschen Spezialistin geworden für die Toxoplasmose, oder? Ganz, ganz wichtige weltweite Erkrankungen, die die Gehirne von den Leuten wahnsinnig beeinträchtigt, oder? Insbesondere, glaube ich, die Leute, die noch Katzen haben zu Hause, oder? Das lassen wir dich vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen, oder? Die Katze ist nur die, in der sich Toxoplasma gondii vermehrt, aber 400 Arten infizieren sich. Unter anderem der Mensch. Und bei Kindern ganz, ganz prävalent, oder? Und wenn wir wissen, wie wir nach einer Toxoplasmose schauen und wie wir es behandeln, dann haben wir schon einen Riesenteil der Bevölkerung, den wir freimachen können von Depressionen und von Lernstörungen und von Entwicklungsstörungen und diesem Ganzen. Gut, aber dein Titel heißt ja Pandemie, oder? Aber Autismus ist auch eine Pandemie, oder? Autismus, kann ich mir die Zahlen sagen, als ich angefangen habe, autistische Kinder zu behandeln, war die Schätzung damals eins von 2000 Kindern. Das war so um die Jahrhundertwende rum. Statistik gerade rausgekommen. In den USA ist immer so Bundesstaatenweise in New Jersey eins von 17 Kindern. Nein, so viel! Ein Jahr in 20 Jahren von eins von 2000 bis eins auf 17. Ich kenne die Schweiz nicht. Ein einziges Kind, wo Autistisch ist. Ja, ja. Eins zu 100. Ja, das ist wesentlich besser hier als in den USA. Aber ich sage nur, die Schweizer trotteln ja dem Amerikaner auch hinterher. Und alles, was in Amerika im Moment ist, ist in der Schweiz in zehn Jahren auch angekommen. Und die Schätzung von den Mathematikern, MIT, ist, dass im Jahr 2032 jedes zweite Kind autistisch ist in den USA. Wenn wir so weitermachen wie bisher. Und das ist eine wirkliche Pandemie. Aber dass hinter dieser Pandemie vom Autismus diese chronischen Infektionen stehen und Parasiten und diese ganzen Dinge, das ist in der Schulmedizin völlig unmöglich, das zu veröffentlichen. Ich habe auf einer großen Autismuskonferenz meine Daten gezeigt, oder es war vielleicht 2004, 2005, dass wir labortechnisch, labormäßig nachgewiesen haben, dass 80 Prozent der autistischen Kinder in meiner Praxis hatten eine schwere, nicht erkannte Borreliose plus Co-Infektion, 80 Prozent, oder? Und dann bitteten mich die Veranstalter nach meiner Vorlesung, die haben meine Vorlesung ausgehalten, aber haben mich gebeten, es war so vor tausend Leuten hinterher, ganz freundlich gebeten, den Saal zu verlassen. Wurde nie wieder, das war die alternative Autismusgruppe, wo wir dann später gesehen haben, die wir völlig unterwandert von der Pharmaindustrie und von den Interessen, die da vertreten sind. Aber wie gesagt, heute sind diese Zahlen bekannt unter dem Behandeln von Autismus, aber vor 20 Jahren war das noch Klingert, Verschwörungstheorie, obwohl wir die Labordaten hatten, oder? Aber ich muss da nochmals einhaken, ich meine, diese Tendenz von 1 zu 1000, jetzt 1 zu 17 in 10 Jahren, das sind ja alles unschuldige Kinder, die haben überhaupt nichts dafür und kommen so auf die Welt. Was hat sich jetzt genau verändert im Feld draußen, dass jetzt dieses Kling, ist es die Belastung der Mutter? Ja, also wir haben, ich habe ja eine Studie gemacht, die ist jetzt in verschiedenen Lehrbüchern erwähnt, aber ich habe es nie geschafft, die zu veröffentlichen, wo wir an den Schlafplatz der Mutter gegangen sind. Also wenn ein Kind autistisch diagnostiziert war, sind wir zurückgegangen an den Schlafplatz der Mutter, wo sie geschlafen hat, als das Kind schon war und manchmal mussten wir das rekonstruieren, diesen alten WLAN-Router wiederfinden, der damals verwendet wurde, haben wir gemessen und die Gesamtstrahlenbelastung am Schlafplatz der Mutter von den autistischen Kindern war über 20 Mal höher als in unserer Kontrollgruppe von gesunden Kindern, über 20 Mal höher. Und da war natürlich, als ich das verschiedenen Publikationen angeboten habe, kamen Drohbriefe zurück an mich und habe mich dann zurückgezogen und mich darauf beschränkt, es in meinen Lehrveranstaltungen weiterzugeben anstatt dieses. Aber unser Thema ist ja Pandemie. Für mich, die wirkliche Pandemie, ist die Pandemie vom Elektrosmog und den Umweltgiften. Das ist für dich ja auch. Ja, ja, klar. Und der Zusammenbruch von unserem Immunsystem, wie du vorhin so schön gesagt hast, unser Immunsystem kann so viel Hand haben, aber nicht so viel, oder? Und diese Überlastung von unserem System. Und bei den Kindern ist ja wichtig, das TH1, TH2 Immunsystem ist ja erst nach dem 24. Monat ausgebildet überhaupt. Die Blut-Hirn-Schranke braucht 18 Monate. In den ersten 18 Monaten ist das Kind völlig ungeschützt vor dem, was in den Injektionen drin ist, vor dem, was im Essen der Mutter drin ist, oder selber, wenn die Kinder essen, und von dem, was im Mutterleib war. Die Übertragung von Giftstoffen. Das sind tolle Studien. Je mehr Amalgamfüllung die Mutter hat, desto mehr Quecksilber ist im Gehirn vom Fötus. Absolut. Und dieses Zusammenspiel von Elektrosmog und von Chemikalien und dann natürlich der Lebensstil erzeugt Grundbedingungen, die kein höheres, höhere Intelligenzentwicklung mehr erlauben. Das höhere Wachstum, was wir so schätzen an uns Menschen, das menschliche und die höheren geistigen Entwicklungen, wo wir eben befürchten, dass man für eine Weile eher bergab geht als bergauf geht. Und die Insekten spielen als Überträger eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und deshalb oberflächlich würde ich sagen, natürlich Pandemie von Ungeziefer, aber eine Pandemie von zusammenbrechenden Immunsystemen durch eine Pandemie der Verbreitung vom Elektrosmog und von Umweltgiften. Gehen wir aber vielleicht die nächsten paar Minuten noch rein. Wir dürfen diese Ungeziefer jetzt nicht als Feinde betrachten, aber wir müssen immer wieder mal kontrollieren, an unserem Organismus ist es doch im Gleichgewicht. Und da weiß ich ja bei euch, ihr messt ja das und checkt, ist alles im Gleichgewicht. Ist das eine Empfehlung, wo jeder mal an sich testen lassen sollte? Also mittlerweile denke ich, wenn du Prävention als nicht Check verstehst, ich schaue und sehe nicht, sondern Prävention als Fürsorge für mich, dann muss ich sagen, kann ich eine Tendenz zur Erkrankung früher erkennen. Denn das Gleiche ist ja noch lange nicht für jeden das Gleiche. Das heißt, eine bipolare Störung vielleicht psychisch zu erreichen durch eine Echinokoposziste oder eine wirklich schwere Erkrankung durch einen schweren Verlauf einer Epstein-Barr-Erkrankung, das hat ja alles mal begonnen. Und der Körper kann uns durch auch klinische Untersuchungen, durch so eine Lymphozyten-Transformationsteste auf zum Beispiel Toxoplasmode, kann ich schon erkennen. Ich kann nicht erkennen, inwieweit ich jetzt hier, ich behandle ja keine Laborwerte, aber wenn ich einen symptomatischen Eindruck bekomme, eine Krankheit verstehen will und sehe, dieses Immunsystem ist in so einer utopischen Höhe, in einer ständigen Alarmbereitschaft, dann weiß ich, dass diese Menschen für die täglichen Hausaufgaben nicht mehr so viel zur Verfügung steht. Das heißt, wenn dann noch die Kumulation von all den Dingen des Umfeldes das Unbewusste auch nicht wahrnehmen, wir haben Untersuchungen in der Klinik gemacht, allein das Blut eine Stunde WLAN bestrahlen, die weißen, die erste Reihe, die jetzt in Attacke geht, bei einer Belastung, schaltet sich ab. Was heißt denn das? Das heißt, dass ganz banale Dinge vom Körper nicht mehr gewährt werden können. Das ist wirklich so schlimm, gell? Ich fahre jetzt noch mit dem Auto und habe das Auto-Handy an, aber ich glaube, in diesem Faraday-Schenkreis ist das eigentlich dramatisch, oder? Also ich habe seit 1991 kein Handy im Auto an und wenn du bei mir mitfährst und ich würde das registrieren, müsstest du laufen, um dir bewusst zu machen, das ist ein faradayischer Käfig und früher hatten wir dann diese Freisprechanlagen als Arzt, dann kam das Handy rein, die Antenne war draußen, gar kein Problem, ich konnte sprechen, aber diese Zeiten sind Geschichte. Also das ist wirklich ein warnender Hinweis von euch zwei Experten, bitte gleich an alle Zuschauer zu richten, kein Handy im Auto und auch mit Gegen-Sprechanlage abstellen. Da habe ich doch eine schöne persönliche Geschichte, oder? Ich habe mir ein schönes Auto gekauft, da war diese Freisprechanlage drin und da war der Sender im Spiegel und ich fahre, der Spiegel ist hier relativ dicht, ich kriege eine beginnende Netzhausablösung im Auge und habe schnell geschaltet und habe gesagt, die Anlage, ich versuche die Anlage auszustellen und dazu musste man den ganzen Spiegel abbauen und das Radio abbauen. Da habe ich gesagt, mache ich nicht. Ich habe mir von einem Freund ein Auto geliehen, wieder ausgeheilt und dann vor ein paar Wochen war wieder völlig in Ordnung. Da habe ich gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn ich das Erlebnis habe, müssten ja andere das auch haben. Ich habe mich wieder in den Wagen gesetzt und schon nach drei Tagen fing es wieder an zu flimmern und wieder und dann habe ich das Geld ausgegeben und den ganzen Leads ausbauen lassen für viel Geld und inzwischen gibt es kein Handy bei mir im Auto, es gibt keine keine YouTube und kein was auch immer, sonst Radio ist noch da, aber sonst ist alles weg und seither geht es meinem Auge gut, das ist zehn Jahre her, oder, wo jeder sagt, jeder Augenarzt sagt, nein, wenn es einmal anfängt, es geht weiter, nichts. Das ist wieder völlig, völlig ausgeheilt und wo ich nochmal, das als Tipp, es geht ja sicher anderen auch so, dass sie seit sie den Wagen haben mit der schönen Freisprechanlage, vielleicht mehr Migräne haben oder mehr Sinusitis oder mehr Tinnitus sehr häufig. Auch Eier, ja, und das ist ja eine Drasanz im Anstieg, die ganzen Netzhautablösungen, Makulatik, oder? Das ist ja unglaublich. Aber den Zusammenhang zu erkennen, das war für mich auch und also echt traurig, aber wertvoll jetzt gleich mal von euch zu hören, dass man hier auch mal ansetzen sollte. Augenkrankheiten explodieren ja auch, wenn ich immer mehr höre und Tinnitus auch, aber den Zusammenhang jetzt so mit dem Handy. Pandemie vom Elektroschmog. Ja, 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 auch ein großes Thema. Und jetzt hat man noch die Chance, man kann ein Handy ausstellen. Das hast du bei 5G nicht mehr. Dann wirst du immer online sein, weil dein Nachbar nutzt dein Handy. Also ich kann das Handy nicht offline stellen, es wird trotzdem genutzt. Es ist trotzdem ein Sender. Unglaublich. Diesen Bonus, den man noch vielleicht in der Hand hat. Also wir schaffen eigentlich ein Milieu, was eigentlich diesen Ungeziefern und dieser Viren und Bakterien ein immer stresseres, volleres Umfeld gibt, wo sie darauf reagieren müssen mit Veränderungen. Und das kann uns immer wieder in neuartige Krankheiten reinwerfen. Ja, ja, ja. Ja, natürlich. Die Summation des Ganzen, natürlich. Aber wie gesagt, wir haben relativ gute Wege gefunden, uns noch zu schützen mit dem 5G oder wir haben jetzt diese Faraday-Tasche fürs Handy. Handy abschalten reicht nicht mehr, aber diese Faraday-Tasche, das geht noch gut. Und jetzt kommt 5G nun auch von den Satelliten her, aber da ist nun die Amplitude relativ gering. Das heißt, dieser Beitrag, der Zusatzbeitrag scheint relativ verträglich zu sein, leider nicht für die Insekten. Die sterben massenweise ab und wenn keine Insekten da sind, gibt es keine Singvögel. Wenn es keine Singvögel gibt, dann wird der Wald still. Darf ich noch eine kretzerische Frage stellen, die bitte nur nicken oder nicht nicken, egal was. Wenn ich über die Erwärmung der Erde mir so überlege, wenn ich ein Hähnchen in die Mikrowelle lege, eine halbe Stunde, ist das Hähnchen heiß? 5 Minuten. 5 Minuten, was passiert eigentlich durch die Fülle von Elektrosmog mit den Luftmolekülen? Ist das doch das Gleiche, oder? Es macht einen wahnsinnigen Beitrag zur Erwärmung. Gut, weil dieses Thema eigentlich nie diskutiert wird, ob auch Elektrosmog einen Einfluss hat auf die Erwärmung. Absolut. Okay, dachte ich mir, danke euch zwei ganz herzlich. Dieses Thema Ungeziefer ist ein schreckliches Wort, selbstverständlich, so ist es nicht gemeint, aber wir sollten uns auch hier immer wieder gewähr haben oder gewähr haben, wissen, dass da inflammatorische Herde, ausgelöst durch solche Ungeziefer, die Gesundheit beeinträchtigen können oder die Ursache darstellen, aber dass es auch Ärzte gibt, die sich damit auskennen, hier einen Therapienplan aufzusetzen, Vermögen, um es eben an der Ursache wieder zu heilen. Das war der Sinn dieser Sendung. In diesem Sinne, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020